Wir haben einmal den dritten Preis bekommen für die beste Produktbroschüre und wir haben den ersten Platz, also den Gesamtsieger gemacht für den mobilen Katalog. Bei uns ist der Designkonfigurator. Ich glaube, dass wir mit dem Designkonfigurator ein tolles Medium geschaffen haben für unsere Kunden, um unsere Produkte da visuell herüberzubringen, eine Auswahl unserer Produkte der Diversität darzustellen und das anschaulich und hoch emotional und hoch designaffin rüberzubringen. Das ist für uns eine Pflichtveranstaltung. Wir wollen uns gerne messen. Wir lassen uns gerne bewerten. Wir wollen gerne in der vordersten Liga mitspielen, freuen uns sehr auf die neuen Kategorien, auf die neuen Auszeichnungen, nehmen die Dinge, die wir heute hier empfangen haben, als Auszeichnung auf der einen Seite, als Ansporn, um weiterzumachen und wollen natürlich beim nächsten Mal nicht nur zweimal oben auf dem Treppchen stehen, sondern dann eben in allen Kategorien. Klar.